Ja hallo und herzlich willkommen zu Overcooked, Alter. Mit den Boys. Hallo. Hallo. Martin, willst du schwarz sein oder die Frau? Ich bin schwarz, aber ich spiel jetzt mit fucking... Ich bin schwarz. Ne, warte, wer ist schwarz? Ich bin schwarz. Leute, wir müssen uns... Leon, du musst ja mit der Brille sein, Alter. Nein! Ich bin der Wetterbrille, ich bin Chinamann. Komplettes Chaos, Alter, jetzt schon. Wir haben alle Rassenvereind, Junge. Schwarz, China, Mann und Frau. Top. Wir spielen übrigens über Parsec, deswegen wird's ganz interessant, wie das bei uns dreien funktioniert. Das war halt nicht lang genug, um herauszufinden, wo ich jetzt was mache. Das war halt wirklich nicht lang genug. Ich hab gar nicht gelesen. Irgendwas mache ich auf Steuerung. Ich hab noch nicht mal ein A, Basti. Ja, der untere Knopf und der linke von dem Kreuz, sag ich mal. Marcel muss vorlesen, er nimmt auf. Okay, das ist es. Basti muss vorlesen. Okay, Basti. Ja, nee, Alter. Let's go, Basti. Nein! Ah! Halt auf zu skippen, Mann! Habt ihr das gespürt? Du, die Musik ist schon episch. Ein fetter Fleischpreis, so. Alter. Habt ihr starke Legs? Grumpy Boy, Alter. Weiß ich noch nicht, Alter. Wir spielen doch noch gar nicht. Du bist ein Schnee Handeln, glaub ich. Okay, wer ist wer? Okay. Ich hab Teller, Leute. Hier, nimm das. Leute, Leute, gib mir die Tomate, gib mir die Tomate rüber. Wer ist das denn? Gib mir die Tomate! Leute! Meine Güte, Alter. Was passiert hier? Lass doch den Teller da jetzt, Alter! Was müssen wir überhaupt machen? Ich glaub, wir müssen den füttern. Füttert den. Füttert den. Füttert den. Nimmt den Teller und... Wir haben einen Salat, nimm das mit. Viel Trinkgeld, Ehre. Okay, hier ist ein Teller. Der Fleischklub, Alter. Leute, wir müssen hier ein bisschen... Gibt uns Tomaten, gibt uns Tomaten, gibt uns Tomaten. Ah. Gibt uns Teller. Ups. Okay. Ach, da gibt's auch noch Teller. Wir können aber nur, wir können aber nur einen Teller machen. Achso. Mehr Tomaten. Hier. Oh. Mehr Tomaten. Mehr Tomaten. Mehr, mehr Tomatos. Tomaten, Leute. Also du machst, du machst Tomaten, ich mach Teller und dann bring ich denen das immer, okay? Okay. Jetzt check ich halt, dass ich mit Leon noch anfange. Du machst Tomaten und ich mach, äh... Was briecht der Salat da hinten, Alter? Ihr müsst oben links gucken, was der haben will, ne? Jetzt gerade nur Salat. Jetzt nur Salat. Ah. Ah, lol. Hä? Ja! Hallo! Hab ich am Anfang gefragt, was der haben will? Oder was? Leute. Er will gleich einen Tomatensalat. Hier, hier, hier. Hier. Beides. Leute. Hier. Teller. Teller. Teller und Salat. Wir haben einen Teller, Mann! Was riecht der Tomaten? Was riecht der Tomaten? Leute, nehmt die, gib mir Tomaten, Alter. Er will jetzt den Tomatensalat, Alter. Ja, hier. Tomaten. Och. Sachen, die mehr, mehr Zutaten haben, geben wahrscheinlich auch mehr Geld, Leute. Deswegen sollten wir die als erstes machen. Gib uns Tomaten. Halt. Einfach legit nicht, ne? So, aber... Aber Kopf hoch. Ich nehm einfach alle Zutaten, die ich finden kann und zerhackstückelt die. Und ihr, ihr fügt die dann hinterher zusammen. Guck mal, hier unten der Eiscappensalat, der hier unten ist, ne? Briecht da hinten drauf. Leute, du... Ah! Es hat keinen Zweck, die Bestie hier nicht satt zu bekommen. Schnell ins Zeitportal. Um es nochmal zu versuchen. Leute, das war schonmal sehr stark. Wenn man in der Zeitreise kann, wenn man es nicht vorher machen kann. Leute, jetzt hör auf zu skippen. Hallo? Ich glaub Marcel, Junge. Bitte? Oh, jetzt seid ihr... Diesmal bin ich es dann wirklich nicht. Seid gerüst, Freunde. Was ist eigentlich unsere Aufgabe? Weitergehen. Wir gehen hier einfach raus. So. Ah, ja. Hä, wir haben drei Sterne. Wir haben drei Sterne bekommen. Wir haben drei Sterne bekommen. Ja, Junge. Sehr gut. Was ist das für jetzt? Ich hab den gewusst, Alter. Hä, wir wollen das nicht nochmal machen. Leute, geht raus. Ah, geht raus da. Einer hat sich abgemeldet. Leon. Ja, ich komm gleich wieder. Kommst du jetzt auch wieder? Wir sollten aufhören, die Characters wechseln. Sie sind komplett verwirrt am Ende. Jetzt hab ich halt dicke Legs gerade, ne? Ich kann meinen Characters halt... Hallo? Leon hat es kaputt gemacht. Toi. Ach so? Leon ist auf einmal dritt... Leon geh mal raus. Hä? Drück mal B. Ach, warum bin ich denn die Tante jetzt? Na ja, was soll. Leon hat alles kaputt gemacht. Oh Junge, ey. Habt das jetzt bald? Ja, keine Ahnung. Okay, 120. Okay, wir müssen jetzt Suppe machen. Dreimal Zwiebeln in den Cocktopf und dann... In den Cocktopf, genau. Okay, wo sind Zwiebeln? Hier oben. Das war ganz viel Zwiebeln, Leute. Ja, hier. Mach mal ein paar Zwiebeln, hier. Ach so, warte. Ich pack das hinterher in den Kopf. Mach dich viel rot. Ja, wir hacken nur, ne? Ja. Ihr macht den Rest. Alter, ich kann das nicht aufnehmen, danke. Die können uns auch die Suppe geben. Ja. Ja, aber die brauchen wir, um die Suppe zu nehmen. Leon, mach du mal die Teller. Teller. Ich mach die Teller. Ach so. Wer ist denn überhaupt hier unten mit mir? Hier. Keine Ahnung, was ihr damit macht, ne? Ich bin unten. Nein! Bring den Topf wieder zurück. Leg den... Leg die Teller... Leg die Teller in die Mitte. Wir machen das dann. Ups. Wer macht das? Du musst nur mit dem Teller dann da hingehen und das nehmen. Schmutze den Teller. Das mach ich. Okay, okay, okay. Ich brauche jetzt Zwiebeln, Boys. Irgendwie dann Zwiebels. Ich mach erstmal hier einen Teller. Haben wir nur einen Topf, Alter? Leider nur einen Topf. Ja, aber wir haben erstmal... Ich glaube, wir haben erstmal genug Zwiebeln, oder? Wir können nicht genug Zwiebeln haben, Leute. Ich mach den Teller gleich. Da unten ist doch noch ein Teller in der Mitte. Alter, echt, ne? Ich mach den Teller sofort. Ja, ein Teller reicht das. Der zweite Teller ist gleich wieder sauer, bevor du... Was hast du? Hier ist fettiger Teller. Fettiger Teller. Ich geb den ab. So. Ah, Leute, man kann dashen. Wie denn? Also bei mir ist es B. Okay. Hey. Mehr Zwiebeln? Gib mir das. Gib mir das. Gib mir das Shade. Machst du den dreckigen Teller? Ja. Okay. Okay, okay, okay. Kann man hier einen Feuerlöscher nehmen? Kann man halt wirklich. Ja, falls es anfängt zu brennen, ne? Also... Da unten rechts ist übrigens die Mülltonne. Könnt ihr Sachen reinschmeißen, die falsch sind. Vor allem, wie viele Leute... Vor allem in Zwiebelsuppe, Alter. Keine Ahnung, ey. Verstehen. Der Renner zu sein, Alter. Will ich jemanden abspülen? Oh ja. Oh ja. Ja. Hier. Abspülen. Alter, hör auf, wie es wegzuschubsen, du Bitch. Ich will auch Junk... Äh... Derschen können. Äh... Keine Ahnung. Junk, ne? Kacke, ey. Super ist fertig. Super ist fertig. Ja. Oh. Flossen perfekt. Soll ich die Suppe abgeben? Ich geb die Suppe ab. Achso, das ist schon geschnitten. Wir haben schon genug, Alter. Wir haben... Wir haben noch... 27 Sekunden. Das ist bestimmt Basti. Was bin ich? Hast du den Teller? Aua. Ich bin weggefetzt, Alter. Okay, das ist ja noch easy, Leute. Das ist ja noch... Das ist ja noch easy, Alter. Noch 8 Sekunden. Ja, guck mal, wie einfach, Alter. Das wär noch safe 3 Sterne. Ja, Alter. Ja, ja. Ich glaub, wir brauchen 120. Ja, ja. Oh. Ist ja total easy. Junge. Ah. Neu. Wir haben einen neuen Eiler. Let's go, let's go, let's go. Na, 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 na. Ah, da ist er. Wem sieht er am ähnlichsten? Eigentlich nicht mehr. Schon Basti. Schon Basti? Findest du? Vielleicht finden wir noch... Ich hätte... Ja, hoffentlich, Alter. Was ist denn so offen? Okay, ich bin unten rechts. Und... Ich bin unten rechts. Hier sind Zwiebeln und Dings. Die schneidet ihr. Und da... Moment, nur Tomaten, ne? Wir sind... Okay. Die Tomaten, ja gut. Warte, ich geb die immer hier rüber. Leute, entschuldigen Sie. Lassen Sie mich durch. Alter. Alter. Ich glaub, man... Kann man nicht irgendwie auch Sachen werfen? Zwiebeln, Zwiebeln, Zwiebeln. Hier. Kannst du mal aufhören hier machen? Die Zwiebeln, die Zwiebeln, die Zwiebeln, die Zwiebeln, die Zwiebeln, die Zwiebeln, die Zwiebeln. Warte, jetzt die Tomate doch nicht da drauf. Ja. Ja. Okay, so. Das hat nicht geklappt übrigens. Mase, ich mach den Teller. Okay. Alter. Wieso? Wieso? Warum hast du's weggekippt? Weil's nicht gereicht hat, da war nur ein Zwiebeln. Leute, braucht ihr Zwiebeln? Ah, ich bin weggedrückt. Ihr braucht Zwiebeln. Wo bin ich? Hier da oben. Ich bin ganz unten, Lull. Ja, hab ich. Zwiebeln? Ja, die muss ich erst mal schneiden. Vergesst das Slashen nicht, ne? Also... Ich kann nicht slashen, also... Wer ist da rechts eigentlich? Hä, mit welcher Taste mach ich das? Basti. Wir können schon die Antwort. Niklas, mit welcher Taste? Habt ihr mal noch nen Teller? Wir brauchen einen Teller. Also mit rechts. Niklas! Basti, was machst du denn da? Ja, das ist direkt in der Teller, du Affe. Ich kann den nicht spülen. Ja, weil da hinten im Spülen ist, du Affe. Kann ich nicht spülen. Bruder, komm. Nimm das Tomatending. Alter, hör mal auf, hier alles vollzustellen. Da müssen wir auf die Templer hin. Wir brauchen noch eine Tomate. Nicht alles zu stellen hier! Hallo! Mann! Alter, verpisst euch hier! Was ist denn mit euch, Mann? Hallo, das Ding ist fertig. Warte, ich hole den Teller. Wir brauchen einen, der hat die ganze Zeit... Los, Teller. Teller. Was brauchst du denn hier? Der Tellerwäsch die ganze Zeit. Ja, aber die Teller sind halt nicht... Dann nimm den Teller auf das Tomatending. Hier. Oho. Wir werden da... Merzwiebeln. Wir brauchen einen Merzwiebeln da oben rechts. Hier, spült den Teller. Ja, ich spüle den Teller. Ja, ich spüle den Teller. Oh, die Flügel liegen hier oben. Nimm den Vertopf, nimm den Vertopf! Hier, wir kriegen das nicht hinterher fertig. Hier. Ah! Los, die, super... Ja, warte... Nimm weg! Hier. Nein, oh, jetzt ist die Scheiße fertig... Nicht richtig gewesen. Egal, schau's auf. Können wir hier noch eine Tomate da reintun? Nee. Jetzt nimm doch mal einfach schon den Topf! Und mach doch mal ein paar... Du stehst einfach nur im Scheiß Weg hier! Basti steht nur noch rum, Alter. Wir brauchen noch eine Tomate. Die Stratz, Alter. Die Stratz, Alter. Die Stratz, ja, ich hab noch eine hier. Wir brauchen noch eine. Ja, ja. Achso, Mann. So. Dann ist die nächsten Zwiebel fertig. Was braucht ihr noch? Was braucht ihr? Okay, warte. Ne, also wir haben genug Zwiebeln erstmal. Passi! Halt mal eine drauf! Was denn? Oho! Mann, gib ich doch nicht weg hier! Nein! Was braucht ihr? Zwiebeln. Zwiebeln. Du machst das so, Marcel? Ja. Ja, top. Gibst du mir Tomaten, obwohl ich Zwiebeln gesagt hab. Dankeschön. Mann, Leute! Bewegt euch weg! Ich mach jetzt einfach Teller. Das war nicht gut. Wir haben nur zwei Sterne bekommen, glaub ich. Ne, warte. Es kann sein, dass wir drei bekommen. Nice! Komplett. Oh, ist einer. Okay, wir müssen besser abschicken, wie er was macht hier nicht. Und jede Map drei Sterne bekommen. Okay. 260 Punkte brauchen wir. Okay, 260. Wahrscheinlich wieder zwei rechts, zwei links. Nee, einer rechts, drei links. Einer rechts, ja. Wer möchte das machen? Ja, kann ich machen. Okay, ich schneide. Ich schneide. Ich mach Teller. Ich schneide. Zwiebeln. Basti, komm auf meine Seite. Komm auf unsere Seite. Basti. Ja, ja. Ich bin auf die Seite. Erstmal einen Pilz raus wollen. Aus zwei Gründen. Wer macht Teller? Basti. Okay. Basti kümmert sich nur um Teller. Wir beide machen die Küche und Leon gibt uns die Sachen an. Man, ich leg die immer daneben, Alter. Ja. Ja, passiert mir auch schon. Ich mach die Tomatensuppe. Wir brauchen einen Tomaten. Uh. Was ist das denn? Nein! Hilfe! Nein! Ich geh wieder rüber. Ja, ich geh auch rüber. Okay, warte, ich bleib bei denen zu. Teller ist wieder, Teller ist wieder. Blau, geh rüber. Da hinten ist ein sauberer Teller, den brauch ich wieder. Blau, geh rüber! Ich geh rüber, warum soll ich denn rüber? Weil du blau bist! Scheiße, wir brauchen Nomaten. Mach die Suche, ja, 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 richtig. Pilze. Oh, oh, Leute! Schwenk in die Suppe! Wir bleiben hier! Ich geh wieder rüber, ich geh wieder rüber. Ah! Hier nimmt das, nimmt das geschnittene Dingens. Ja, ja. Hey! Gibt das ab, gibt das ab. Wir brauchen Zwiebeln. Zwiebeln. Wir brauchen... Pilze, Pilze. Und Zwiebeln. Und Zwiebeln. Ja! Warte, ich nehm das noch mal runter, bis du fertig bist. Kann mal jemand die scheiß Zwiebeln... Schnell, nimm, 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 nimm! Ich hab nen Finanerang! Renn schnell! Alter, Marcel, ne? Ohne... Guck mal, wo ist deine Seite, wo ist meine Seite, ne? Das muss ein echt hartes Konzept für dich sein. Es gab eh noch nichts, was wir hätten machen können. In dem Moment. Gib mal, gib mal noch ne Zwiebel! Gib... Oh... Hier. Mann! Mann, Basti, Junge! Ich hab sie nur noch so hingelegt! Die Suppe, oh Mann! Die Suppe! Oh nein! Die Suppe! Mann, ich hasse euch alle! Ja, hier, drei Tomaten. Warte, sie muss erst auf den Cocktopf. Oh, warum sind jetzt alle auf der Seite? Ich geh rüber! Nein! Geht rüber! Wollen Tomatos! Wir brauchen Tomaten und Zwiebeln! Und nen Teller! Basti? Ja... Alter! Hast du Zwiebel gesagt? Komplett stressig! Ja, wir wollen Zwiebeln los! Ja, wir wollen Zwiebeln los! Mann, ich hab schon wieder ne Zwiebeln weggeschmissen! Ach, Mann, Niklas! Ja, besser als du ihm die ganze Zeit im Weg rumstehen! Gib mir noch ne Zwiebel! Noch ne Zwiebel! Achso! Ist schon! Wir brauchen keine Zwiebel! Leon, bleib einfach da! Ja! Wirklich! Leon... Leon weißt du, was er machen muss! Stopf! Topf! Topf! Nimm die runter! Nimm die runter! Nimm die runter! Nein, nein, wir können es noch reintun später! Wir können es noch später reintun! Hä? Dann ist hier aber scheiße! Dann gibt ihr nicht so viele Punkte! Ja, ist besser als die gar nicht abzugeben! Aber wir können ja auf den Topf nehmen und warten! Ich glaube, das ist worth! Wir haben auch schon mehr als genug Punkte! Ja, trotzdem, Bussi! Oh, schlecht! Das ist ja auch was Gutes! Warum Tomatos? Warum isst du... Keine Masse! Bruder, du warst nicht auf deiner Seite! Also hab ich schon mal ne Tomate rüber gesetzt! Effizienz! Tomaten! Tomaten! Leon, Tomaten! Warum Tomatos? Ja, gut! Okay! Ups! Nein! Trotzhin! 316 Sterne! Ich finde das ist ja besser koordiniert! Das wurde hier von dem Tomatenangeber! Ganz klar! Ganz klar nicht! Oh! Den nehm ich auf jeden Fall! Okay, mach das! Ausgefuchster Boll! Ist das ein Fuchs überhaupt? Ist das ein Fuchs überhaupt? Das könnte auch ne Katze sein! Na! Ist das ein Fuchs! Ich sag, es ist ein Meerschweinchen! Ich sag, es ist ein Meerschweinchen! Fuchs hat ne andere Schnauze! Mach Burger! Scheiße! Hat jemand aufgepasst wie es geht? Nö! Oh fuck! Ja okay, wir haben hier die Ding... Brötchen, Fleisch und Salat! Also Fleisch muss man ja safe anbraten! Ja! Ich hab... Aha! Gib mal... Ja Fleisch! Äh... Basti, du kümmerst dich gleich um die Tellerwitter! Ich lass sie auf dem Counter! Ja! Macht eins zu! Ja! Okay! Das Fleisch! Burger hat man direkt hier! Okay! Basti! 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 Kümmer mich mal um die Grätz! Mach mal die Burger unten fertig Basti! Ach guck mal! Dir fehlt das Fleisch! Ja hier! Jaaa! Junge! Aber du kannst schon mal den Burger vorbere... Jetzt hör ich das da außerdem drauf getan! Ich geb hier auch... Tomaten... Basti, du machst nicht so fertig, ne? Du... Mach du mich gar nicht aus dem Weg! Du kleiner Affe! Geh mir nicht! Ja wei... Alter auch ne Scheiß, ne? Hör auf mich an zu packen! Wenn du nicht aus dem Weg gehst! Wenn du nur Scheiße brauchst! Ich kann doch nichts machen, wenn du nicht aus dem Weg gehst! Was machen wir? Wir machen hier... Wir machen hier oben immer verschiedene Burger fertig, okay? Und ihr befüllt die aber mit Fleisch! Wir brauchen Tomaten... Wir brauchen noch Salat! Salat brauch ich! Bin dran! Perfekt, Marcel! Wir brauchen zweimal Salat! Nein! Passt die! Nein! Ja, pack das eben kurz drauf! Und pack den Salat drauf! Hier ist auch noch... Ne? Ja! Den kannst du gleich... Abgeben, Basti, glaube ich! Ja, kann ich! Ich mach schon mal... Telly-Bus! Ist der fertig? Ja! Ich mach das Brat! Zum Beispiel... Ich kümmere mich mal... Hier relativ viel ums Fleisch! Nehmt mal den Titter mit! Ja, ich würde... Machen wir mal den Fleisch fertig! Ich kriege immer hier auf die Ecke! Wir brauchen Burger... Patties und sowas! Ja! Brötchen! 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 Ja, wir brauchen Brötchen! Ihr sagt immer an, was wir brauchen! Wir brauchen Brötchen und Salat! Braucht ihr noch mehr Brötchen? Da fehlt nur noch ein Brötchen, ne? Basti! Ja, hab ich! Mach mal neues Fleisch! Ich hab mal schon wieder hier im Fleisch... Auf den Teller gelegt! Fleisch und Brötchen! Und ihr müsst den Teller machen! Wie viele Brötchen braucht ihr denn? Du brauchst ja alles Brötchen, Alter! Ja, liegen doch schon 10, Mann! Ich zieg grade eins! Da bist du halt... Hier ist auch noch ein... Es gibt nur Fleisch und Brötchen! Brauch ich, ne? Gerade! Oh lol, halt! For real! Da liegt halt auch die ganze Zeit so ein Brötchen und Teller noch rum, ne? Ja, ich dachte, das macht Basti! Basti, gib den scheiß Burger! Oh Mann ey! Basti! Ich stell den Teller jetzt zu euch! Ja, du hast den Feitschen abgegeben, du Affe! Den kannst du abgeben, Basti! Den kannst du abgeben! Kann ich nicht, wenn mich ständig Leute in den Weg laufen! Ja, du musst den aber auch nicht ablegen, du! Äh, ich esse noch einen mit Salat! Brauchen nur mal Tomaten! Tomaten? Ja! Ja! Was hat der grade für einen abgegeben? Ohne Tomaten! Warum? Brauchen auch noch einen normalen... Weil... Gib mal Brot! Weil mir denied wurde, die Tomaten da noch drauf zu legen! Von wem? Von mir natürlich! Wem auch sonst! Man kann einen Teller stapeln? Einen dreckigen Teller kann man stapeln! Ich hab hier zweimal... Zweimal Fleisch! Ja, pack drauf! Die Burger! Ja, der ist schon mal fertig! Da muss aber noch Salat drauf, oder? Salat! Salat! Ich brauch einen nur mit Fleisch, einen Burger nur mit Fleisch nicht! Ja! Wir haben aber kein Brötchen! Uff, das war nicht so gut! Ja, doch, reicht doch! Hey! Sollen wir's nochmal machen? Ja... Um 3 Sterne zu bekommen? Oder eher nicht? Okay, wir gehen ins nächste Level! Nach dem Level machen wir mal Schluss für die Folge, oder? Ja, ich glaub man bekommt nur einen neuen Koch, wenn man das mit 3 Sterne... Oder ist mein Zufall, dass wir mit dem Level keinen bekommen haben? Ach du... Kann ja auch nochmal gleich anfangen! Ich geh nach links! Mach die... schneid die Sachen! Okay... Ich bin jetzt wohl rechts... Ich bin hier an den... Äh... Es ist hier... Ah! Ich mach die Pilzzuppe! Ist ja super, dass es hier so eng ist! Sieht doch nicht angezeigt, was wir als nächstes brauchen! Ah, Zwiebeln! Zwiebeln! Na, ist falsch! Du hast erst mal... Ich geb dir den Teller aus! Hier! Du hast mich abgebrochen! Du kannst ja nur mehr laufen, das geht! Brauchen wir nochmal... Ne... Ja, ne, ne... Tomatensuppe! Zwiebelsuppe und danach Tomatensuppe! Hala! Sorry! Okay, oder... Ja, du kannst dir die Teller auch selbst nehmen, Basti! Du schaffst aus! Ja! Du musst warten! Der zeigt bei mir nichts an, wenn der spült! Oder beziehungsweise ich kann auch nichts drücken! Spülen... Spülen... Spülen ist nicht so dein Ding! Ich wusste nicht welche Taste, Alter! Ich wusste nicht welche Taste, Alter! Ich wusste nicht welche Taste, Alter! Ich wusste nicht... Zwiebeln brauchen wir ja keine... Doch eine Tomate... Also eine Tomate, jetzt zwei Zwiebeln noch, also nach Marcel. Ja, ja, ich weiß, ich hab das im Blick, Masi nicht. Ich hab das im Blick, Junge. Also machst du Calls Niklas? Nee, nee. Ja. Äh... Sag mir nicht mal, was du Calls machen! Zwei Pilze noch nach Niklas. Ich weiß. Alter! Ich weiß, hier ist mal ein Platz. So fertig. Ja, ich komm so vor. Tomados. Noch zwei Niklas. Soweit noch hier die... Alter, es ist so scheiße hier langzulaufen. Also lass uns machen, der, der Sachen in der Hand hat, äh, der muss... Hat Vorrang. Der kommt durch. Der hat Vorrang, genau. Okay. Du bist schon fett, muss ich sagen. Die Schnauze. Ist ja alle gleich dick. Ne, ne. Keine Pilze. Keine Pilze. Nein. Tala! 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 Okay. Okay. Mach Platz! Brauchen wir noch ne Zwiebel? Ne, ne? Ne, jetzt brauchen wir Pilze zwei. Okay, das kriegen wir hin, Leute. Wir sind nach Syrken. Ahaha! Ahaha! Oh Mann. Ich warte. Brauchst du nochmal Zwiebeln? Ne, ne? Äh, jetzt brauchen wir Pilze wieder Pilze. Und dann Tomaten. Ja, mach Tomaten erst. Was? Ich mach's so, da kannst du natürlich durchlaufen. Ja, ja, jetzt kann ich. Pilze. Pilze. Warte da. Ich hab mal vorhin auch eine Pilzpfanne gemacht. Nudeln. Das war geil. Ich mach' ein Pilze. Wir essen die blaue, Alter. Aber wir stehen nach oben. Ja, wir wissen nicht. Tomaten, Tomaten. Tomaten. Hüsch. 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 Basti konzentriert sich richtig hart, Alter. Der redet einfach gar nicht mehr. Hüsch. Die Pilze kann abgegeben werden, Leute, ne? Ja, ich arbeite dran, Alter. Zwiebeln, Zwiebeln, Zwiebeln. Ah! Die werden voll auf einer Ecke hängen. Oh, wie gut wir da unten arbeiten, Alter. Du nimmst die Zwiebeln, die letzte? Ja. Äh, Pilze noch? Pilze. Pilze. Lass mich schnell durch mit... Das läuft gut, Alter. Es läuft gut, Alter. Pilze. Pilze. Was machst du denn? Warum wolltest du zu den Zwiebeln gehen? Weil ich Zwiebeln haben wollte. Aber warum denn? Ich dachte, wir verfeinern mal unser Rezept, ja? Nicht nur immer eine Sette. Oh, wir brauchen ja keine... Ja, was wir von da liegen. Pilze ist vielleicht fertig und wir haben nicht mehr viel. Ah, hier. So, wir können Shane. Ja, okay, shoppen wir nicht mehr. Das ist gut. Das ist echt ganz gut. 360 Punkte, wir brauchten 260. Sehr, sehr gut. Oh, der bin ich. Der Rollstuhlfahrer. Na gut. Richtig inclusive. Das war's für die erste Folge, Alter. In der nächsten Folge, geh bis Level 8. Hau da rein, Alter.